So, kann man doch mal sehen, bin ich eigentlich schon. Was macht denn Lisbeth da? Moment mal, was machen die da mit meinem Gesicht? Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe, jetzt doch täglich in der App. Verbotene Liebe, jetzt doch täglich in der App. Ich will mit dir zusammen sein. Und ich will mit dir zusammen dieses Haus kaufen. Danke, das war Antwort, Luke. Ich liebe dich, aber ich kann dir nicht geben, was du willst. Deshalb ist es das Beste, wenn wir uns trennen. Liebst du diese Frau? Ich hab das eine Zeit lang geglaubt, ja. Aber ich liebe nur eine Frau. Das bist du. Aber ich weiß, da ist noch was zwischen uns, das spüre ich. Meine Schwester und ich sind in den gleichen Mann verliebt. Das war's. Dein Plan, die Tore aus dem Kopf zu schlagen, hat nicht funktioniert. Ich bin nicht in Tore Hellström verliebt. Ich bin nicht in Tore Hellström verliebt. Ich bin nicht in Tore Hellström verliebt. Äh, Entschuldigung, ich, 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 ich wollte gar nicht... Egal. Egal. Oh mein Gott. Entschuldige, aber ich konnte nicht sagen, dass er... Er hat das gehört, oder? Er weiß jetzt, dass ich in ihn verliebt bin. Was mach ich denn jetzt? Ist es dein Ernst? Du machst einfach so Schluss? Versteh mich doch, es funktioniert einfach nicht. Ich kann das nicht mehr. Hast du eigentlich gehört, was ich gerade gesagt habe? Du hast mich doch selbst gefragt, was mir wichtiger ist. Maxi oder du? Riccardo, ich liebe dich. Es geht hier nicht nur um dich. Es geht auch um Maxi. Und er gehört zu seiner Mutter. Und ich gehöre zu ihm. Deswegen musst du doch nicht... Ich halte dich auf. Verstehst du? Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass du wegen mir auf irgendwas verzichtest. Ja. Vielleicht ist es wirklich besser so. Hast du das? Was? Nichts. Tut gut, hm? Drei Monate im Koma. Mein Bedürfnis nach. Nichts ziemlich gedeckt. Oh, äh, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass die Herrschaften... Ist schon gut. Stellen Sie die Sachen einfach da drüben ab, ja? Das sind dann auch die letzten Gepäckstücke der Gräfin. Ich kann auch gar nicht fassen, dass du wirklich wieder da bist. Fasst so, als wäre das alles nie geschehen. Ja, aber auch nur fast. Wie lange ist das her, dass wir beide einfach mal so einen ganzen Nachmittag lang im Bett liegen konnten? Ehrlich gesagt, Sebastian. Zu lange. Eigentlich wollte ich noch was mit Tristan besprechen. Ja, aber du bist ja nicht mehr der Vorsitzende von Landstein Enterprises und somit nicht mehr verantwortlich für alles. Insofern, lass die Zwiebeln einfach mal ein bisschen locker. Hypnose! Wie blöd ist das denn? Was mache ich denn jetzt? Na, versuch es doch einfach mal positiv zu sehen. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Tore weiß Bescheid, du spielst mit offenen Karten, das hat auch was Gutes. Inwiefern bitte? Du musst dich jetzt nicht mehr verstecken. Du kannst dich hinstellen und sagen, hey, das sind meine Gefühle und es ist auch gut so. Nein, es ist nicht gut so. Nein? Nein. Meine Schwester steht auf Tore. Die beiden sollen zusammen glücklich werden. Das störe ich nur. Außerdem ist es entschützlich peinlich. Ich hoffe nur, dass er es wenigstens für sich behält. Natürlich. Obwohl, es ist Tore Hellström. Der muss immer beweisen, dass er ein toller Hengst ist. Hallo! Dein Job ist es, mich zu beruhigen. Panik kriege ich schon von alleine genug. Sorry. Tore wird schon niemandem was sagen. Und ganz bestimmt nicht deiner Schwester Giselle. Oh Gott. Giselle! Hier versteckst du dich also. Ich wollte mich nochmal bedanken. Wofür? Für alles. Für die Kampagne, für die Chance, dass ich überhaupt nochmal mit dir zusammenarbeiten darf. Mit dir und mit Caro. Und dafür, dass du für mich da bist, nach der Trennung von Carlos. Das ist doch fast Schicksal. Na ja, Schicksal ist ein großes Wort. Apropos Caro, ist alles in Ordnung mit ihr? Caro, was soll mit dir sein? Das ist nur eine Frage. Caro geht es gut, wie immer. Sie ist einfach toll. Sie hat alles, was ich nicht habe. Sie ist vernünftig, bodenständig, lässt sich nicht so leicht von ihren Gefühlen davon tragen, wie ich. Ich muss noch mal weiter. Ich kann da unmöglich wieder rausgehen. Ich muss kündigen, das ist mal eine letzte Chance. Ey, ey, Caro! Jetzt schau mich mal an, ja? Du bist Schulz, der menschliche Taschenrechner. Du hast keine Gefühle. Willst du mich wieder hypnotisieren? Nein, ich will dich retten. Also, sprich mir nach. Ich habe keine Gefühle. Ich habe keine Gefühle. Was andere von mir denken, ist mir egal. Sonst würde ich ja nicht diese Brille tragen. Was andere von mir denken, was stimmt mit meiner Brille nicht? Oh Gott! Aber was, wenn Tore mich drauf anspricht? Dann sagst du ihm die Wahrheit. Du willst nicht in ihn verliebt sein und du wirst es dir abgewöhnen. Okay. Ich gehe da jetzt raus. Puh. Tschüss. Ach, du musst arbeiten, schon klar. Aber zum Essen einladen, darf ich dich, oder? Essen? Ja. Sogegen hauptberufliche Walkaholics machen das dann und wann. Habe ich zumindest gehört. Essen? Ja, 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 Essen. Sag mal, waren diese Knöpfe immer schon so klein? Jetzt mach doch mal langsam. Nein, Emma ist zwei Stunden weg, komm schon, wir sollten es ausnutzen. Ja, ich weiß, aber ich habe Tristan wirklich versprochen, nochmal den Sander-Deal mit ihm durchzugeben. Scheiß drauf. Das geht nicht. Die Sache ist zu wichtig für die Firma. Sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, warum? Ich finde es gerade ganz schön. Ich finde es auch schön. Tanja, wir haben doch noch alle Zeit der Welt, diese drei Monate nachzuhören. Also, hat ihr keine Sorgen. Bis später. Ach ja, und dann, lauf mir nicht weg. Witzig. Was macht ihr denn hier? Wir haben gehofft, dass wir dich noch erwischen. Ist was passiert? Riccardo und ich haben uns getrennt. Nicht im Ernst. Ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht in so einem ständigen Provisorium leben kann. Und das kann ich Riccardo auch nicht zumuten. Aber gestern wolltet ihr noch zusammen ein Haus kaufen und jetzt ist auf einmal alles vorbei? Hey. Mir geht's gut. Wirklich. Und wie hat Riccardo reagiert? Ich glaube, er denkt jetzt, ich liebe ihn nicht mehr. Ja. Oh Mann. Oh Mann, Maxi. Was war es dann wohl mit dem Ersatzpapa? Das ist das Beste für ihn. Glaub mir. Weißt du, ich, so habe ich auch viel mehr Zeit für dich und Maxi. Wir können viel mehr miteinander unternehmen, müssen uns keinen Kopf machen wegen der Betreuung. Das wird toll. Das heißt, du hast deine große Liebe für Maxi und mich abgeschossen? Mensch, Dana, das geht nicht. Riccardo hat seinen Job in Boston sausen lassen. Für dich. So was macht man nicht einfach so. Mensch, der liebt dich. Deshalb ja. Ich habe das auch für ihn getan. Ich will, dass er frei ist. Wir tun ihm nicht gut. Okay? Guten Abend. Guten Abend. Frank? Riccardo. Schlechten Tag gehabt? Das wäre untertrieben. Kann ich Ihnen etwas bringen? Dann bringen Sie mir doch so ein 94er-Riocha und noch ein zweites Glas für meinen Freund Sherlock. Sehr gerne. Danke. Ich bleibe lieber bei mir. Wie du meinst. Danke, danke, danke. Das Einsteigen überlebe ich. Wohl. Danke. Auf die Frauen. Auf die Frauen. Die wir lieben, aber nicht verstehen. Stattdessen rackert man sich ab. Man versucht alles. Ist verständnisvoll, rücksichtsvoll, geduldig, großzügig treu. Und dann? Dann verlässt sie ein, weil es vernünftig ist. Ach, verflixt und zugenäht. Alles in Ordnung da unten? Äh, ja. Was machst du da? Ich hebe Fotos auf. Brauchst du Hilfe? Nein. Habt ihr euch gerade gedreht? Was haben wir? Nee, haben wir? Nee, nee, oder? Komisch. Mir war so, als hätte Tore dich gerade geduzt. Hätte ich ja gut gefunden. Ich aber nicht. Warum nicht? Professionelle Distanz. Das ist wichtig, damit die anderen Kollegen nicht denken, dass ich bevorzugt würde. Ha, okay. Ja, wir sind dann auch fertig für heute hier, oder? Ja, sind wir. Ich, ähm, gehe doch die Fotos schnell. Tschüss, Giselle. Tschüss. Tschüss. Wie seh ich aus? Gut. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich denken, du warst drei Monate im Urlaub. Du bist eine erbärmliche Lügnerin. Wieso bist du denn so verunsichert? Ich bin nicht verunsichert. Ich, ich bin verunsichert. Ich hatte mehr als drei Monate keinen Sex. Daniel, du lagst im Koma. Ja und, das ist mir noch nie passiert. Sebastian hatte keine Lust, oder wie? Doch. Doch, er wollte und ich wollte und ich weiß nicht, irgendwas steht zwischen uns. Du hast ihn wie Dreck behandelt, seinen Feind geheiratet. Erzähl du mir nicht, wie ich die Männer zu behandeln hab. Ich sag dir nur die Wahrheit, weil das hier sonst niemand macht. Seit du im Koma lagst, behandle dich ja alles, wär's in Watte gepackt. Ja komm schon, dann sag mir die Wahrheit. Was ist mit Frieda? Darum geht's also. Du willst mich über Frieda aushorchen? Gibt's denn was auszuruchten? Tanja, was hast du erwartet? Das Leben hier ging weiter. Sebastian saß jeden Tag an deinem Bett. Ja. Und für alle Fälle hat er nebenbei für eine neue Familie gesorgt. Du weißt vielleicht nichts über Frieda, aber du weißt eine Menge über Sebastian. Er liebt dich und er hat dich immer geliebt. Ich war lang weg Marlene. Vielleicht liebt er sie auch. Rede mit ihm. Reden. Und dann krieg ich auch noch vor ihm auf dem Boden hab. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Okay, da hilft mir noch eins. Geh los. Was soll das? Das beruhigt dich doch, Sachen zu ordnen. Also, fang an. Ja, aber ich bin doch kein Rain-Man oder sowas. Ich zähl doch jetzt nicht hier diese Dinger. Ja, aber du könntest diese Dinger sortieren und dann wieder in ihre Gläschen packen. Und? Funktioniert's schon? Komm, vielleicht ist es dir ja ganz gut, dass Tore endlich weiß, was du vielen empfindest. Obst du das wirklich? Also zumindest weißt du jetzt, dass er nichts von Giselle will. Aber sie will was von ihm. Und ich werde mich ganz bestimmt nicht mit meiner Schwester um einen Kerl streiten. Abgesehen davon, dass ich eh keine Chance hatte. Weißt du was? Ich glaub, du hast ein völlig falsches Bild von dir. Ach ja? Ach ja. Weißt du, was ich sehe, wenn ich dich angucke? Dann sehe ich eine schöne, junge, intelligente, lustige Frau, die Cocktailspießchen sortiert. Na toll. Jetzt mal im Ernst. Tore merkt bestimmt auch noch, wie besonders du bist. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Tore ist... Und ich bin... Das passt einfach nicht. Außerdem waren er und Giselle doch schon mal ein paar. Jetzt hör doch mal auf mit Giselle. Aber er würde sich niemals für mich entscheiden. Und was, wenn doch? Das ist Schwachsinn. Aber sehr lieber Schwachsinn. Danke. Was schuld ich dir dafür? Ach, die Therapie war gratis. Aber falls du mir wirklich einen Gefallen tun willst, ich brauche heute Abend jemanden für die Schicht. Deal. Deal. Danke, dass du da warst. Schön, dass wir immer noch Freundinnen sind. Ja, denk bitte auch daran, wenn du in ein paar Wochen bei LCL wieder meine Chefin bist. Ich habe ein Elefantengedächtnis, wie du weißt, für alles, woran ich mich erinnern will. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du wieder hier vor mir stehst und Scherze machst, das wäre nichts gewesen. Stehendes. Gut mal, Lena. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja. Ja? Ja? Hallo. Na? Oh, ein Klotz. Das Kindermädchen hat sich bereits verabschiedet. Wenn ich sonst noch in irgendeiner Form behilflich sein kann. Nein, alles gut. Danke. Gute Nacht. War es schön? Ja. Rida? Oder? Ja. 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 Ist die nett? Ja. 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 Das ist der Sebastian. Ja, das sind Rida und Sebastian. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall irgendwas anmerken lassen. Ihr wisst ja, wie Dana ist. Das Beste ist jetzt einfach Normalität für sie. Hey. Hey. Was ist denn hier los? Kriegsrat? Dana hat sich von Riccardo getrennt. Ja, und wir wollen sie jetzt ein bisschen aufheitern. Ich wüsste was. Andi könnte es trippen. Witzig. Ja. So, aber jetzt mal im Ernst. Wir wollen einfach einen ganz schönen, gemütlichen, normalen WG-Abend machen. Bist du dabei? Klar. Wieso nicht? Der Kleine schläft dann gleich. Was ist hier los? Warum stand ihr mich so an? Wir wollen einen netten WG-Abend mit dir machen wegen einer Trennung von Rico. Ihr wollt was? Sascha, das sollte eigentlich geheim bleiben. Was denn? Wie bitte soll das geheim bleiben? Oh mein Gott, ist jetzt auch egal. Also, Dana, hast du Lust auf einen schönen DVD-Abend mit uns? Das bin ich übel. Komm, garantiert ohne Liebesfilm. Hey, komm schon und sag ja. Sag ja. Ja, ja, ja. Na gut. Esser, Esser. Okay. Ich weiß, ich hätte es nicht verraten sollen, aber wir sind doch eine Familie. Ist schon gut. Ihr seid süß. Mhhh. Ich hätte eine Bombenkarriere in Boston hinlegen können, aber ich habe mich dagegen entschieden. Für Dana. Und was macht sie? Zwei Wochen später verlässt sie mich. Aber weißt du, was das Blödeste daran ist? Was? Wenn sie jetzt hier stehen würde, hier, dann würde ich sofort mit ihr zusammen sein wollen, ohne mit der Wimper zu zucken. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Klingt sehr gut, finde ich das. Oder hättest du mich jetzt für ein Weichei? Ich hab dir vorher für ein Weichei gehalten. Ja. Ich hab dich auch nicht gemocht. Aber du bist gut für Charlie. Und weißt du was? Hm. Wir wären heute nicht zusammen, wenn ich nicht an ihr drangeblieben wäre. Ich hab dich nicht an ihr drangeblieben. Ja. Damit willst du mir irgendwas sagen. Ja, die Frau macht Schluss mit mir und ich mach nichts dagegen. Aber damit ist jetzt Schluss. Schluss ist damit jetzt. Mit dem Schluss machen. Schluss. Halt, halt. Was hast du denn vor? Dana darf uns überzeugen, dass du wieder mit zu mir zurückkommen soll. Ist das so eine gute Idee? Wie? Wie meine jetzt? Klar. Ähm. Hier. Schreib. Was soll ich denn schreiben? Schreib auf, was du da sagen möchtest. Meine Erfahrung ist, wenn man nicht mehr schreiben kann, kann man auch nicht mehr quatschen. Steht das so ein Polizeihandbuch? Handbuch zur Vermeidung peinlicher Auftritte. Du bist echt witzig. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Showtime. Wie? Showtime? Tore kommt. Wann? Jetzt. Draußen. Sondern doch, komm. Ist mir egal. Was, wenn der wegen dir kommt? Tut der nicht. Der weiß nicht. Ich hab dir doch vorhin erst zugesagt. Okay. Dann ist es eben ein blöder Wink des Schicksals. Blöder Wink des Schicksals? Ja. Der jetzt ergriffen werden muss. Olli, man kann den Wink des Schicksals nicht ergreifen. Das geht schon rein sprachlich. Ja, ja, ja. Guck mal her. So. Moment. Was? Gut. Ich werde meine Haare bestimmt nicht so tragen. Ganz bestimmt wirst du das heute zeigen, was wir haben. Nein. Caro, es ist zu spät. Tore kommt hier im Moment. Also, jetzt sei nett. Lächeln. Sei charmant. Komm. Schulz. Das ist ja wie bei Hase und Igel mit Ihnen. Überall, wo ich ankomme, sind Sie schon da. Verrückt. Ich arbeite hier. Ich weiß. Was darf sein? Sie haben irgendwas mit Ihren Haaren gemacht. Gefähr. Kürzer geschnitten. Sie sind offen. Hab ich doch gesagt. Auf jeden Fall sieht das... Was wollen Sie trinken? Äh... Dann hätte ich gerne ein Glas Milch und ein Champagner für... Für... Ach, da kommt sie ja schon. Hey, ich wüsste gar nicht, dass du heute hier arbeitest. Hi. Sieht super aus mit den Haaren. Weißt du schon was zu trinken? Ja, ja. Ich habe eine Milch und noch für dich. Kommt sofort. Ziemlich dunkel hier drin. Wer war da noch? Schön hier. Du fragst dich bestimmt, was ich hier allein im Dunkeln so mache, ne? Du wirst es mir schon erzählen, wenn er da noch ist. Sebastian, wir können nicht einfach so weitermachen. Was meinst du damit? Ich wache aus dem Kuma auf und wir fangen einfach wieder von vorne an. Das geht nicht. Und warum nicht? Weil wir beide dafür zu viel erlebt haben und... Weil ich Angst habe, dass wir die Chance wieder nicht nutzen können. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe auch Angst, aber unter dieser ganzen Angst habe ich auch die Hoffnung, dass wir diese Chance nicht umsonst bekommen haben. Glaubst du es wirklich? Ja, das tue ich. Na ja, wie läuft es? Ganz gut eigentlich. Irgendwie nur ein bisschen retro. Retro? Ja, das letzte Mal, dass ich mich so anstrengen musste für einen Mann war mit 16 in einer Disco in Wuppertal. Das Tropic. Ja, das Tropic. Genau. Und der Typ hieß, ähm, Günther oder Gerhard oder so? Günther. Er war mein Tanzpartner. Günther, genau. Das war dein Tanzpartner? Das habe ich total vergessen. Aber ihr wart nicht. Nein. Hast du noch nichts verpasst, ehrlich gesagt. Na, so ein Glück. Aber für Tore brauche ich nur ein bisschen. Meinst du, das wird was mit euch? Na klar. Warum denn nicht? Du brauchst ja noch ein bisschen, um die Verletzung von damals zu überwinden. Oder meinst du, da gibt es irgendjemand in seinem Leben eine andere Frau? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Aber du würdest es mir sagen, wenn es wäre. Natürlich. Ich habe es so vermisst, so eine gute Freundin zu haben wie dich. Ey, das gibt es doch nicht. Das ist der Song, zu dem ich mit Tore immer getanzt habe. Im Limelight in New York vor zehn Jahren. Ja. Our Song, Baby. Yes. Haha. Geht's dir gut? Hm? Also, wenn du willst, dann kannst du gehen. Das schaffe ich heute allein. Ehrlich? Klar ist, hier kann noch was los. Brauchst du Hilfe? Ja. Ich stehe auf den Streifen. Ich habe den Film nicht verstanden. Der Typ hätte die Yacht und die Blondine haben können. Und nimmt aber die Melinda und das Motorrad. Ja, weil er Melinda liebt. Ich meine, das ist romantisch. Ja, aber Melinda hat ihn doch schon bei der Verfolgungsjagd vollgelabert. Wenn auch jemand ein Bier? Jo. Ich glaube, ich muss jetzt ins Bett. Jo. Für mich nicht. Ich muss noch mal nach Maxi sehen. Oh, danke. Bitteschön. Anna? Anna? Ist Anna da? Nicht so ein guter Augenblick. Ich komme morgen wieder. Ist schon gut. Ich kümmere mich um ihn. Ja. Hallo, Dana. Hi. Und du warst wirklich jeden Tag bei mir im Krankenbett und hast mit mir gesprochen, obwohl ich im Chroma lag? Dr. Mendez meinte, das würde dir helfen? Mhm. Was hast du mir so erzählt? Alles Mögliche. Was den Tag über so passiert ist. Was Emma für neue Tricks gelernt hat. Dinge eben, zu denen ich gerne deine Meinung gehört hätte. Hast du mir von ihr erzählt? Von Frieda? Ähm, ein bisschen ja. Dann bin ich froh, dass ich mich nicht erinnern kann. Wir müssen ja ziemlich einseitige Gespräche gewesen sein. Ach nein, ich fand's eigentlich ziemlich toll. Endlich hattest du mal nicht ständig das letzte Wort. Seit wann muss ich das letzte Wort haben? Du wünschst dir also eine Frau, die immer schön den Mund hält, ja? Würde ich dann hier sitzen? Ich weiß nicht. Vielleicht stehst du auf Frauen im Rollstuhl, weil die sich nicht so gut wehren können. Ja, er wischt ja ein bisschen Stich drauf. Apropos, ich hab mit den Ärzten geredet und wir dürfen wieder. Du warst jetzt nicht bei Dr. Mendez und hast ihn gefragt, ob wir Sex haben dürfen. Doch natürlich. Es ist ein Arzt und er hat gesagt, es besteht keine Gefahr. Gut, auf die Nummer im Stehen müssen wir noch eine Zeit lang verzichten. Aber ich denke, du... Sebastian, was machen wir noch hier? Das frage ich mich auch. Schon die ganze Zeit. So, und wie machst du das jetzt mit der Treppe? Aufstehen. Äh... Daran könnte ich mich gewöhnen. Und ich dachte, du träumst eher von einer feudalen Senfte, die von vier Eunuken getragen wird. Sänfte, ja, Eunuken, nein. Wenn du dir jetzt einen Bandscheibenvorfall holst, dann hat Emma zwei Eltern im Rollstuhl. Gott, war das ein Segen, als du noch stumm wie ein Fisch im Koma gelegen hast. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis bald. Bis bald. Das war's für heute. Ja. 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 Hey, was ist es los? Nichts. Tut mir leid, schlaff weiter. Okay. Was ist passiert? Männer sind so oberflächlich. Schau mich an. Was stimmt nicht mit mir? Ist es die Falten unter meinen Augen? Oder ist es meine Brüste? Oder ich jetzt statt einer 34 eine 36 habe? Nein, du siehst toll aus. Warum interessiert sich dann kein Mann mehr für mich? Kein Mann? Wer ist kein Mann? Na, Carlos. Und Tore. Tore auch? Ja. Ich wollte doch einfach nur, dass wieder alles so wird wie früher zwischen uns. Und das wollte er nicht? Nein. Das heißt, es ist nichts zwischen euch gelaufen? Nein. Muss einfach wieder mehr Sport machen. Na, ich probiere doch mal dieses Fruchtsäure-Peeling. Hat er irgendwas angedeutet? Warum er nicht? Der braucht nichts anzudeuten. Ich weiß ganz genau, was dahinter steckt. Und was? Na, irgendeine Frau. Und ich werde auch schon noch herausfinden, wer das ist. Bist du sicher, dass es eine Frau ist? Hat er irgendwas Konkretes gesagt? Nein. Aber ich kann das spüren. Das Fitnessstudio kann ich dann bald auch kündigen. Du hast mir mal geschworen, mich ewig auf Händen zu tragen. Also, hör auf zu jammern. Ja. Justus sieht besorgt aus. Er sieht immer so aus. Ist dir das noch nie aufgefallen? Tut mir leid, die Herrschaften zu stören, aber... Was ist denn Justus? Ist es so schlimm? Ganz wie man es nimmt. Sie haben einen Gast, der im Salon wartet. Ein Gast? Jetzt tun Sie mal nicht so geheimnisvoll. Raus mit der Sprache. Wer ist das? Hallo, Sebastian. Frieda. Schulz! Ich wollte es eigentlich auf sich beruhen lassen, aber ich finde doch, wir sollten über diese Sache reden. Reden. Okay. Und worüber? Gefühle. Was? Zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, dass ich finde, dass wir in letzter Zeit sehr gut zusammenarbeiten. Wir sind ein gutes Team. Ja. Finde ich auch. Und ich bin mir sicher, du, sie, wirst, werden sich hier prächtig entwickeln. Sie haben Talent. Danke. Ich hätte das eigentlich schon viel eher sagen wollen. Ich hoffe natürlich, dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten. Oh Gott, ich höre mich an wie ein Politiker. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass... Ja? Sie haben es ja selber schon gesagt. Professionelle Distanz ist wichtig. Und da haben Sie auch völlig recht. Ähm... Wir müssen jegliche Art von Gefühlen hier raushalten. Gefühle. Raushalten. Ist auch für die Arbeit besser. Da haben wir auch beide was davon. Danke. Ich wusste, dass Sie das sportlich nehmen. Das macht mir auch die ganze Sache einfacher. Sie sind eine tolle Frau. Und ich bin mir sicher, dass Sie den Richtigen noch finden werden. Ja. Nichts für den Mut. Danke. 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 Das war's für heute.